Bei uns sind Trends für das 2017 Tauchreise selbstverständlich, aber auch Schnorchelreisen, die immer mehr und mehr Zuwachs nehmen. Die Leute wollen aber auch etwas über Land sehen und wollen so aktiv trecken, hiken und sich über Land bewegen. Bei Mantareisen sind gerade spezifisch für Tauchreisen die Indonesien, die Malediven natürlich auch, aber das Rote Meer, eine unserer Top-Destinationen. Mein persönlicher Tipp und eigentlich meine grosse Liebe ist Papua Neuginea. Es ist weit weg von allem zusammen, es gibt ideale Voraussetzungen zum Tauchen, aber wirklich auch, um ein unvoreingenommenes Land und Kultur noch kennen zu lernen.